So reich und so arm, so brutal, so rücksichtslos, so ignorant und so kalt, den Tag hören wir davon. Ich weiß schon gar nicht, wo ich meinen Stinkefinger zuerst hinzeigen soll. Aber es gibt wiederum eine Sache auf dieser Welt, die mich zu einem Lächeln in den Gesicht bringt und mein aufgewühltes Gemüt wieder brüht. Und das ist ein Glas Wisdom. Ja, ich sehe schon, du lacht hier. Ausgerechnete Anti-Alkoholikalle auf der Bühne muss davon sprechen, ne? Aber wie soll ich denn sonst den Überland zu meinem nächsten Stück finden, hä? Und dieses nächste Stück erfordert jetzt euren ganzen Körpereinsatz. Stampft mit den Füßen, klatscht in die Hände und seht mit. Kommt weiter rein! Punkt Ástralation! Du lacht! 투 Kistin commitments... Punkt! 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 ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017